Hallo zusammen, heute geht es mal ein bisschen behind the scenes hier im Elthof in unserer kleinen Streaming Höhle vor dem Greenscreen. Viel Spaß dabei, mal schauen was da rauskommt und auch mal schauen was bei uns gleich herauskommt mit Schallplan, old school. Musik 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 DJ Planko, DJ Ronaldo in der Haus. Hallo Welt, wir sind für euch da. Zwei Stunden, vielleicht auch mehr. Es knistert heute, versprochen. Und wir sind wie immer völlig unvorbereitet. Er singt. Schön, dass ihr da seid und immer wieder einschaltet. Ich verspreche euch, wir üben das weiter mit diesen ganzen Teilplatten, weil... Nee, wir können das, aber es ist gar nicht so einfach. Also viel Spaß noch. Jetzt gibt es noch ein paar Hits auf die Ohren. Und wir sehen uns wieder nicht spätestens Samstag. Crazy Ladies.